Reim dich oder ich fress dich. Sieh mal aus dem Buschen kriecht. Na, was reimt sich? Die BRD, die siecht. Sieh mal aus dem Buschen kriecht. Hurra, die BRD, die siecht. Na. Aber geschrieben wird es S-I-E-G-T. Das ist Sächsisch, na klar. Jetzt habe ich Sächsisch gesprochen. Ja, das darf man noch. Stopp, 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 Dieter, ich habe einen Diamanten gefunden. Ach, guck mal an, musst du aber abgeben, weil in Sachsen musst du Schätze abgeben. Ein Diamant des Waldes muss ich nicht abgeben. Ah, na gut, okay. Der rettet die Birken. Birken. Während der Birkenpoling an toten Birken vorkommt, kommt der Chaka an noch Lebenden vor und macht die Birke tot. Ach, der Chaka-Pilz. Ja. Ah, gut an. Ja, schön. Ganz seltenes Exemplar. So, naja, prima. Wir kommen ja aus dem mystischen Wald und was ist hier? Mystisch. Hier wird es mystisch. Schlimm, schlimm, schlimm. Es ist schade, dass es kein Frost gibt. In der Zeit der Rauhnächte, was machen wir da? Nach Zeichen gucken. Ah, ja. Ich habe ein Zeichen. Weiß und gelbes Zeichen gefunden, Sigrid. Was sollte uns das sagen? Wir sehen uns einem weiß-grünen Zeichen. Das sagt. Das heißt, ja, wir scheinen noch in Sachsen zu sein. Im Wald, da steht ein Ofenrohr. Stell dir mal die Hitze vor. Das hat der Arthur Schramm schon gesagt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wir sind jetzt hier am Treppenholz. Das war kein erzgebirgischer Heimatdichter. Ich fühle mich verfolgt. Ich fühle mich verfolgt. Ja, gut, genehmigt. Du hast ja übersinnliche Fähigkeiten. Ja. Ja, guckst du, was alles im Fluss ist? Ja. Wo bist du denn hin? Heute sage ich nicht, was ich mag. Heute ist dein Mag-Ich-Wandertag. Mein Wandertag. Dein Mag-Ich-Mag-Ich-Mag-Ich-Mag-Ich-Mag-Ich-Wandertag. Ja. Wo gibt es da Müt' hier drin? Müt'n. Müt'n-Hütte. Haben wir die jetzt gefunden? Ja, dann gucken wir mal rein. Müt'n hier? Nein. Hat sich verkrümelt zu Peso? Oder ist der Kuckuckwohin? Da hinten ist ein Besen. Kein Peso. Ah. Ah. Oh, warte. Warte. Das Grünzeug Willisch. Willisch. Das Grünzeug für den Tee, die Brombeerblätter. Willisch. Ja. Und bist du nicht Willisch. So gehen wir an die Willisch und sammeln Brombeerblätter. Ja. Weil hier ist die Willisch. Danke.